Ich heiße Oliver und heute zeige ich euch eine super Lösung, wie ihr denn den vorderen Bereich eures Wohnmobiles als Bett nutzen könnt. Jetzt werden sich natürlich viele fragen, als Bett, ich habe noch mein eigenes Bett dabei. Ja, das ist auch so. Nun haben aber nicht viele die Möglichkeit, ein Hubbett dabei zu haben oder fahren nur mit einem teilintegrierten. Nehmen das Enkelkind spontan mal mit, das Enkelkind nimmt noch eine Freundin oder einen Freund mit und wo soll es denn schlafen? Sicherlich. Man kann die Fläche um den Tisch umbauen, vielfach so hingestalten, damit man da ein Notbett draus machen kann. Das ist eine Lösung, aber dann fällt der Platz weg. Was gibt es einfacher als den vorderen Bereich als Bett zu nutzen? Wie? Das zeige ich euch jetzt. Jetzt zeige ich euch, wie das Sleepbett vorne im Wohnmobil oder im Transporter denn eingebaut wird. Es ist relativ klein und kompakt, wiegt knappe 10 Kilogramm, einen Ticken weniger sogar noch. Kann man auch in der Tasche sehr gut verstauen, in der Garage oder sonst wo. Man legt es ins Wohnmobil rein, klappt den hinteren Bereich, den kurzen Bereich zum Lenkrad. Wichtig dabei ist, dass die Sitze allesamt auf gleicher Höhe nach hinten verstellt werden. Und schwupps, liegt das Bett schon mal fest. Jetzt sollte es noch arretiert werden, damit ein sicherer Halt notwendig ist. Dafür gibt es eine passende Schraube. Drehen wir einmal flott hinein. So, jetzt wird das Ganze umgeklappt und ganz wichtig, auf der Beifahrerseite durch den Haltegriff eingesetzt, festgezogen und schon haben wir einen sicheren Halt. Kann nicht mehr kippen, es ist eine Holzplatte drunter. Der Bezug ist waschbar, ist auch sehr wichtig. Es gibt ein passendes Laken dafür. Man kann auch sein normales Bettzeug benutzen, je nachdem wie man möchte. Für welche Fahrzeuge gibt es das Ganze? Das Ganze gibt es für die Standardfahrzeuge der Wohnmobile mit zwei Einzelsitzen. Ducato, Iveco, Renault Master, all das. Es gibt auch andere Ausführungen für den T4, T5. Und es gibt auch noch eine dritte Ausführung mit Doppelsitzband für die Transporter. Das Ganze macht einen sehr vernünftigen Eindruck, sehr solide verarbeitet. Wie gesagt, die ideale Lösung, um das Enkelkind, weitere Kinder mitzunehmen. Perfekt. Was wollen wir mehr? Zu bestellen gibt es es unten bei uns im Shop. Ich freue mich über eine weitere Empfehlung und Daumen hoch. Vielen Dank für eure Kommentare schon mal im Voraus. Tschüss.